All I need is your life tonight! Geil, oder? Hey, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fahren nach Hamburg, wir holen jetzt Les Sachs ab. Sascha Hellinger, wir haben auch hinten schon sein Sofa vorbereitet. Wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof hier in Köln, denn Sascha und Max und ich haben ja jetzt seit über einem halben Jahr gemeinsam an einer Zusammenarbeit getätigt. Das war richtig ausgedrückt. Wir haben eine App gegründet, die sich Hype App nennt. Und ihr werdet im Laufe dieses Videos eurer Verhandlung, was uns da geht, ja? Das Video ist quasi jetzt von gestern, also vom Tag des Releases, sag ich mal. Wir haben heute Abend den Release-Stream, es wird mega geil. Wir nehmen das Ganze mal wieder ein bisschen Vlog-Technik mit. Ich denke mal, ich werde bei Max das ein oder andere Ding in der Wohnung entwenden. Ich strebe da an, einen Play-Button zu entwenden, gemeinsam mit Sascha. Das wird sich aber noch zeigen. Im Endeffekt holen wir erstmal den Sascha ab und hören jetzt die ganze Zeit All I need is your life tonight, bis Sascha freiwillig aus dem Fahrzeug aussteigen wird. Im Sinne... All I need is your love tonight, weißt du was crazy ist, dass der Song einfach auf Spotify Platz 1 Weihüll wieder ist. Der ist von 2017 und der ist einfach auf Platz 18 der deutschen Single Charts wieder eingestiegen. Sascha, wir hol dich jetzt hier. Hauptbahnhof Köln, willkommen. Ja, nein, jetzt wie oder was? Grüße geht raus an den Zuschauer von mir, der gerade gesagt hat, Bruder, ich komme auch, ich komme von der Schweiz und hab meinen Kiefer kaputt. Und ich wundere, ich sage so, warum? Er sagt, ja, Schlägerei wegen nichts. Ich so, alles klar, Diggi, chillige Zuschauer. So, wir warten jetzt auf Sascha, man. Aka, le Sascha. Ah, chillig. Hallo. Was willst du? Das stimmt, du bist so. Hallo. Das ist Tobi. Tobi. Hallo. Ich drehe so einen Vlog, sage ich mal, für meine Kinder später. Damit die sehen, was für ein aufregendes Leben ich habe. Ich bin crazy. Film nicht, ich bin das Crazy Girl. Hat aufgelegt. Der ist einfach wegge... Eine arme Vorrede, Diggi. Luca? Ich stehe im Staub, ich muss halt alle meine Freunde haben, du bist auf Platz 70. Okay, aber wir sind ja auch nicht befreundet, ne? Hallo. Moin. Ein Bild machen? Ja, ein Bild machen? Ja, warte, willst du Concrofter auch mit drauf haben? Ah, ja. Okay, komm. Komm, Luca, wir machen kurz ein Bild mit ihm. Okay. Komm her, warte, wir machen das so. Jetzt musst du nur ein Selfie machen. Moin. Sascha schreibt, lass doch mal einen Kaffee holen. Klar, Sascha, wir haben ja Zeit. Also, Chinica Call mit Luca an der Stelle. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Als Prominente. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Ein arschgeiler Vlog mal wieder. Oh, Leila. Hihihi. 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 Tobi? Haha. Der Kollege hat mir gerade ein Bild von meinem Auto geschickt und sagt dazu. Noch nie jemanden Arroganteres gesehen in so einem AMG. Unfassbar. Nicht mal Hallo sagen. Unfassbar. Das nächste Mal schmeiß ich ein Ei auf dein Auto. Danke geht an der Stelle raus an Anton, der tatsächlich die ganze Zeit nur mit Shirin David in Privatstadt sitzt. Also, ich hatte gerade... Ey Sascha, hast du Bock? Die ganze Mykonos-Reise nochmal in vier Stunden zu recapiten. Ey, bitte mach unbedingt. Wie heißt der Song? All I Need? All I Need, ja. Wir werden jetzt die beiden Songs Urlaubs hören. Und noch Peppermint vielleicht. Aber dafür zahle ich erstmal einen Puffi, dass der läuft. Ah, natürlich, dass Amar gerade eine Story gemacht hat mit Corona zu haben. Ist ja mal richtig scheiße. Danke Amar dafür. An der Stelle, an der Stelle ganz kurz. Bevor wir hier irgendwelche Missverständnisse haben. Sascha und ich haben uns beide getestet und wir sind beide positiv. Gehen wir mal einfach einen Scheiße drauf. Ja und Max ist übrigens auch positiv. Ja. Aber Max will brandsafe bleiben. Deswegen hat er auch in meinem Video nicht mitgewirkt. Max. Absoluter Ehre. Hauptsache Hype-App kommt. Natürlich, natürlich. Wir sind alle negativ getestet. Amar hat auch schon gerade eine Beiche da gelassen. Jo. Jungs, ich habe eine Corona geholt. Ich weiß aber nicht wie. Hey Sascha. Ja. Wir spielen jetzt ein Spiel. Das kennst du von Mykonos. Ja. Und zwar raten wir, wie viel die Rechnung ist. Und derjenige, der im weitesten entfernt es zahlt. Die Tankrechnung? Genau. Wie viele Liter hat denn der Wagen? Das sage ich dir nicht. Und ich werde auch jetzt die ganze Zeit auf die Zappsäule gucken. Warte mal. Wir tanken alle Tankstelle. Ja. Und du musst auch dieses Ultimate irgendwas, dieses Superbenzin tanken. Richtig, genau. Ja. Also ich sage es wie es ist. Ich schätze 100. Das ist doch unfair. Du hast doch schon öfters getankt. Nein. Ich habe den Preis nicht gesehen. Der Benzinpreis ist ja immer schwankend. Ja. Na und? Du weißt ganz genau ungefähr. Ok. Wir sagen auf 3. 1, 2, 3. 120. 150 sagst du? Ja. Ok. Was sagst du Tobi? Ich sage 130. Das ist so dreist, dass du einfach in die Mitte gehst. So eine Runde. Nein. Arsch geil gespielt. 147. Ich habe 150 gesagt. Ja. Das passt. Damit hast du gewonnen, Bro. Geh rein zahlen. Damit darfst du bezahlen. Natürlich, Alter. Das ist doch scheiße. Mann, warum ist denn der Spritzo? Hä? Der kostet 2 Euro. Ja. Ich werde mir sowas von einfach einen Elektrowagen kaufen. Holy Shit, Mann. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Pause gemacht. Obwohl wir schon eine halbe Stunde zu spät sind. Im Endeffekt haben wir dann nochmal eine halbe Stunde Stau. Und dann müssen wir noch eine halbe Stunde durch Hamburg fahren. Mit offenen Klappen. Und Sascha wollte unbedingt zur Reeperbahn. Ich weiß auch nicht warum. Ich denke mal, der Stream heute Abend ist dann abgesagt. So, Mann, Alter. Dann fangen wir schon. Oh, oh. Im Endeffekt. Gestört ist die Grundstimmung wie folgt. Wir haben uns mit Max um 16 Uhr verabredet. Laut Navi sind wir um 16 Uhr 22 Uhr mittlerweile da. Die Zeit geht immer höher. 17 Uhr 22. Perfekt. Sascha ist extrem gut gelaunt da hinten, oder? Er freut sich wirklich über das Rundebett von der Karni. Mann, das liebt er wirklich. Er sagt, das gibt ihm ein Gefühl von zu Hause. Ich will nach Hause. Genau das hat er gesagt. Er will nach Hause. Ey, wir können nicht mal mehr raus fahren, um irgendwas zu holen. Wir müssen jetzt einfach durchfahren. Was willst du denn holen? Getränke. Nein. Ich habe hier noch Kaffee, Digga. Oh, Max. Moin. Hallo. Hast du angerufen? Ja. Na, was gibt's? Also, laut Navi sind wir jetzt gleich da. Was? Ja, ja. 17 Uhr. Oh, mein Gott. Das passt hier. Die ganze Zeit können wir mal aufräumen. 17 Uhr 22 steht hier. Ach so, okay, gut. Was? Spinswohl. Ja, das alles geht auf den Sprit hier. Ja, was soll ich sagen? Wir hören seit 6 Stunden das gleiche Lied. Und sind tatsächlich noch kurz vor Hamburg hier gerade. Also, wir müssten eigentlich gleich da sein. Ich nehme an, hier ist ja gleich die Hamburger Innenstadt, oder? Wir sind auf Lykonos, Leute. Sascha! All I need is your love tonight. Hey, wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Geil. Alter. Und was steht heute an? Ja. Was ist heute los? Heute ist der App-Release gleich. Hä? Ach so. Fliegen wir hier wieder nach Lykonos? Wir fliegen nach Lykonos. Sascha? Hey, wir fliegen privat. Amark und Outreach mit. Stell dir vor. Warum sollte ich nicht? 500 Euro passt hier fürs Einkommen. Jeden Monat. Auch für dich. Nicht unerreichbar. Sascha. Hype-App-Release. Erzähl uns ganz los. Was geht heute ab? Wir sind super hierher gefahren. Sebastian hat ein Loch im Reifen. Wir sind trotzdem da. Ich freue mich, dass ich ab jetzt nicht mehr drin sitzen muss. Hype-App. 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 Hype-App, oder? Hype! Okay. Wir haben jetzt hier alles soweit vorbereitet. Wir haben ein kleines Interface hier. Hier wird man später die App sehen. Hier wird dann später, klar, hier ab sofort den Play Store und den App Store. Und der stellt auch noch mal ganz dickes Dankeschön an euch, dass ihr, ich prognostiziere jetzt einfach mal schon zahlreich Teil gehabt habt. Ihr könnt die App natürlich jetzt, wo dieses Video schon raus ist, auch schon runterladen. Das ist ja von gestern quasi schon rausgekommen. Und Max hat sogar eine kleine Piano Session noch vorbereitet mit einer Hand. Ich hab's jetzt ganz neu erst und dann hab ich nur noch eine Hand gehabt und kann nicht weiter üben. Achso. Ja gut. Kannst du was? Ich kann was. Mach. Ich kann ein bisschen was. Alter, gut. Gut, aber das reicht schon. Ja, das reicht schon, oder? Das reicht schon. Ah, spüren wir jetzt mal mit Banane. Oh. Wenn man hier einbrechen würde, dann wird es sich ja lohnen. Die sind alle ungewertet. Also es wird sich lohnen. Ja. Wir können kommen, den Stuff mitnehmen. Kostet vielleicht alles zusammen 15.000. Ja. Dann lasst ihr das bewerten für 30.000, 40.000. Die Uhr halt auch, ne? Ja. Und dann sind die Karten wertvoll. Aber sie sind halt dann zwei, drei Jahre bei PSA. Und wie würde man am schnellsten hier in die Wohnung reinkommen? Wahrscheinlich von unten rein bohren einfach. Alles klar. Schaut mal, was ich hier noch gezaubert hab, ey. Richtig geilen kleinen Gemüseteller. Und dazu noch einen Obstteller für Max. Au. Ich mach das. Du bist viel zu eng. Mach das YouTube-Intro. Ja, ich sitz noch nicht richtig. Mach das Intro. Kann ich wieder zusetzen? Ja, kannst du machen. Okay. Also, App-Release ist durch. Ja. Gab eine Menge Hiccups. Ja, ja, ja. Aber das ist normal. Wir gehen jetzt ganz kurz das Essen. Und ich glaub, wir gehen da später noch mal ganz kurz das Video kurz darauf ein. Kann ja passieren. Es gibt immer ein paar Sachen irgendwie. Ja, es waren einfach 45.000 Leute. Ey, 45.000 Leute, die das Ding runtergeladen haben. In 10. Und so viele Bewertungen und so was. Und so viele Bewertungen und so was. Passiert. Passiert. Aber wir sind guter Dinge. Und wir gehen kurz nach Essen. Und dann melden wir's gleich nochmal zurück. Das Ding ist einfach. Ja? Nein, das kann ich nicht vorlesen. Das ist beschwert. Das Problem ist folgendes. Wir haben zwar Probleme, aber beide Griden-Krank. Durchgehen diese App hier durch. So ist es nämlich. Ja Sascha. Ja. Im Endeffekt ist der Release jetzt mit leichten Bugs doch ganz gut angelaufen. Ja. Ist doch vielleicht noch ein paar Worte irgendwie an die zukünftigen User eventuelle Vorstellungen, was du vielleicht noch erreichen möchtest. Ja. Es ist ganz wichtig. Ich freue mich, dass viele Leute bekommen eine Fehlermeldung, dass die E-Mail bereits verwendet wurde. Das liegt daran, dass jemand eure E-Mail verwendet hat für einen Account. Wir können da leider gar nichts tun. Das liegt nicht am Benutzernamen, der schon vergeben wurde. Hört nicht auf die Leute, die das verbreiten. Das sind Fake News. Was er gesagt hat, war falsch. Und ja. Das wollte ich nur sagen. Ich würde sagen. Hau rein, ne? Wir sehen uns morgen. Morgen ist Sonntag. Alright. Also Sascha ist jetzt schon los. Wir pennen bei Max. Max ist super geil, dass wir hier schlafen dürfen, Mann. Gerne, Mann. Das ist geil, dass ich hier die Highschool-Decke haben darf. Das ist auch geil. Ey, es gab, wie gesagt, heute ein paar kleine Probleme. Irgendwie, wie gesagt, super viele Leute, die auf die Seite geströmt sind, auf die App. Krank viel Support an eurer Seite. Natürlich auch ein bisschen Kritik, dass es der Anfang sich läuft. Das ist normal. Wir versuchen das auf jeden Fall alles zu beheben. Wir sind auf jeden Fall echt dankbar für euer Feedback und freuen uns echt darüber. Und haben über Bock drauf. Also wir haben jetzt eben nochmal, wie gesagt, beim Essen wirklich durchgegrindet. Dann ließ alles flüssig. Da war der Ansturm nicht mehr so groß und es hat sich jetzt alles mit den richtigen Servern eingestellt soweit. Das ist übergeil. Das macht so Bock, einfach durch zu swipen, die Beichten sich anzuschauen, zu gucken, was für eine kranke Scheiße da drin ist. Wir gucken jetzt auch noch, dass das ganze XP-System cool gemacht wird und richtig eingestellt wird. Und das jetzt auch so ein bisschen da nur noch vernünftiger Kram in dem Algorithmus angezeigt, wenn man nicht irgendeinen Trash, wo jemanden 200 Mal ausruft und spammt. Wie gesagt, da sind jetzt 50.000 Nutzer drauf. Vorher waren es 30. Das ist was ganz anderes. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Sache. Kinders, ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Vlog. Checkt die App gerne aus. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut auch gerne bei Max und Sascha vorbei. Stream ab Donnerstag von uns dreien. Da werden wir ein bisschen in der App rumgrinden und uns die Sachen reinziehen. Und alles in allem. Kuss geht raus, bitte sofort. Wir sehen uns die Tage. Macht's gut, heute rein. Ciao. Alter. Übel. Flawless. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.